Im Weltall gibt es undenklich viele Planeten. Eine jedoch ist ganz besonders. Dieser besondere Planet nennt sich Erde. Auf dieser Erde gibt es 194 Länder und eines davon nennt sich Deutschland. In Deutschland gibt es 2060 Städte. Doch eine sticht aus allen anderen heraus. Berlin. Hauptstadt, Wildstadt und nicht zuletzt Kulturstadt. Über 3,5 Millionen Menschen werden hier täglich gefüttert mit Angeboten an Musik, Tanz und Theater. Im Herzen Berlins, am prachtvollen Ernst-Reuter-Platz, ist die evangelische Ernst-Reuter-Platz-Gemeinde beheimatet. Seit vielen Jahren schon hat sich in der evangelischen Ernst-Reuter-Platz-Gemeinde um die soziale Einbindung ihrer Gemeindemitglieder gekümmert. So gibt es den beliebten Häkelkurs mit bloßen Fingern. Die Diskussionsgruppen schweigen für den Frieden. Wasser treten im Wannsee für junge Gebärende und die unglaublich talentierte Theatergruppe. Jedes Jahr findet sich eine stolze Anzahl von Gemeindemitgliedern ein, um im neuen Theaterstück eine Rolle zu ergattern. Dieses Jahr meldeten sich vier Männer und eine Frau, um das Theaterstück Mord auf Schloss Heversham unter der Leitung von Pfarrer Christian Schleifer aufzuführen. Regelmäßig treffen sich die mutigen Hobby-Schauspieler im Gemeindezentrum und proben, bis ihre Köpfe rauchen. Denn dieses Jahr hat die Theatergruppe zum ersten Mal die Chance, ihr Theaterstück auf einer richtigen Bühne aufzuführen. Auf der Bühne des renommierten Renaissance-Theaters, das gleich um die Ecke vom Ernst-Reuter-Platz schon seit über 90 Jahren die Theaterszene von Berlin prägt. Wir begleiten die Theatergruppe auf ihrem Weg von der ersten Probe bis zur Aufführung. Lassen Sie sich nun entführen in die Welt der evangelischen Ernst-Reuter-Platz-Gemeinde-Theatergruppe und tauchen Sie ein in das spannende Leben hinter den Kulissen.